willkommen auf meinem kanal zu einer neuen episode mein name ist michael in diesem tutorial möchte ich gerne mit euch zusammen den sogenannten hipster effekt erstellen oder ja so etwas in der art und da gibt es eine spezielle technik um diese diese hipster extravaganz sozusagen darzustellen die hipster sind so eine subkultur gewesen in den im 20 jahrhundert so angelehnt an die bohms und ja im ein zwanzigsten jahrhundert hat sich das dann fortgesetzt in amerika und ich gebe euch den link von wikipedia mit in die beschreibung da könnt ihr das nachlesen genau und ja ich würde vorschlagen fangen wir einfach mal an ich habe hier dieses foto gerichtet die den link dazu gebe ich euch natürlich die beschreibung des videos mit hinein damit ihr das nachbauen könnt ich habe soeben die ebene einmal dupliziert und gehe nun auf filter gmig und lasse erst einmal die farben neutral einstellen und dazu gehen wir auf farben color balance und klicken hier mal auf ok wenn der filter berechnet ist gehen wir auf filter verbessern und maskieren hier lasse ich die standardwerte stehen und bestätige mit ok so jetzt haben wir das bild ein bisschen geschärft im nächsten schritt erzeugen wir einen sogenannten bloom effekt also bl bl blum effekt wir duplizieren die eben hier und stellen hier unseren ebenen modus auf bildschirm gehen auf filter weichzeichnen gauscher weichzeichnen ich nehme hier mal wert von 20 bin sehr großzügig hier und bestätige mal mit ok wenn der filter berechnet ist rufen machen wir weiter mit werten ja rufen also den auf farben werte auf und hier unten bei diesen all channels ich weiß jetzt nicht wie es auf deutsch heißt aber ihr wisst es gehen wir hin und nehmen hier auf der rechten seite den slider und 10 ziehen den auf circa 70 zurück oder wir können das ja auch hier eingeben 70 den wert 70 und bestätigen mit ok wenn wir das gemacht haben rechte maustaste auf die obere ebene nach unten vereinen nun rufen wir filter gmig erneut auf sind ja hier noch bei black and white gehen auf color grading und suchen uns hier den schieber blacks ja und den ziehen wir erst mal ganz nach rechts und geben dann hier einen wert von sagen wir mal können wir so lassen vielleicht sogar ganz nach rechts gezogen schauen wir mal hier hinten sieht man dass das schwarz von dem sessel und da oben dass es besser rauskommt nochmal und bestätigen mit ok wenn wir das gemacht haben duplizieren wir die ebene erneut rechte maustaste auf das bild farben abbilden auf farb verlaufen da müsst ihr gucken dass die standard farben so eingestellt sind wie sie da sind also schwarz im vordergrund und weiß im hintergrund und machen jetzt hier erst einmal ein schwarz weiß bild raus nun stellen wir hier unseren ebene modus auf multiplizieren so wenn wir jetzt multipliziert haben diesen diesen effekt gemacht haben gehen wir wieder auf filter ach wie schon gradient map das war natürlich jetzt doof ja das wollen wir ja gar nicht sondern wir wollen das zurück machen sondern wir wollen natürlich jimmy aufrufen ja ich dachte das wäre noch wir wären bei jimmy gewesen aber war ja wohl nix so jetzt rufen wir hier bei colors also bei farben zone system auf ja und hier haben wir diesen blackpoint den ziehen wir jetzt erst mal ganz nach rechts schauen mal was hier passiert ich würde sagen erst einmal relativ wenig und gehen hier auf 120 zurück so wenn wir das gemacht haben bestätigen wir mit ok rechte maustaste nach unten vereinen im nächsten schritt rufen wir filter im nächsten schritt rufen wir filter g make erneut auf gehen hier bei colors auf boost chromatisy und suchen uns hier bei color space lab und bestätigen mit ok wenn der filter berechnet ist erstellen wir eine neue ebene transparent und fühlen diese ebene mit einem blau und zwar mit einem 0 0 0 8 8 8 b a blau so dann ziehen wir uns hier dieses blau in die soeben erstellte transparente ebene hinein nun schalten wir unten die original ebene aus gehen auf filter und werden erstmal alle filter resetten also zurücksetzen dann gehen wir auf filter gmik anzeigen oder gmik anzeigen je nachdem wie man das machen möchte und wir gehen jetzt hier mal auf layers und gehen hier eingabe ausgabe auf aktive und darunter liegende suchen uns hier blend standard und gehen hier auf exclusion ja und hier bei der opacity nehmen wir einen wert von 0.25 bestätigen mit ok beziehungsweise erst einmal mit enter dass der wert eingestellt ist und bestätigen nun mit ok so nun sind wir fertig ja make your photo hipster original und hier unser unser hipster effekt ich hoffe ich konnte ein wenig helfen wenn euch mein tutorial freude gemacht hat schreibt mir doch einen kommentar vielleicht gibt mir einen daumen hoch und ja für die neuen die hierher gekommen sind schenk mir doch ein abo und das würde mich sehr freuen herzlichen dank bis zum nächsten mal hier nochmal der effekt original und hier unser hipster effekt so alles klar herzlichen dank bis zum nächsten mal herzlichen dank bis zum nächsten mal